Musik Heute liegt im Hafen von Funchal die Aida Und dahinter sieht man die Santa Maria Die Nachbildung des Originalschiffes von Christoph Kolumbus Sie segelt jeden Tag die Küste entlang In einer dreistündigen Ausflugsfahrt Musik Der Blick am Morgen nach Funchal Und der Blick in die Hotelzone außerhalb Funchals Das Casino Hotel Hinüber bis im Vordergrund das Reeds Hotel Der Blick ins Hinterland von Funchal Der Blick am Morgen Vielen Dank.